Willkommen zurück zu Star Wars, dem Spiel halt, dass wir das spielen. Ne, aber jetzt... Und, das ist, glaube ich, das ist so ziemlich die erste, also es ist so ziemlich eine der ersten Folgen, also es ist die erste Folge, nachdem die Schule richtig fett wieder angefangen hat, würde ich's mal sagen. Ja. Wir haben jetzt gerade, ähm... Lauter Fetzen geschrieben und jetzt zocken wir aus Frusten in der Hand. Also ich weiß nicht. Äh, was man noch mal macht, war das Rechtskrieg, oder? E. E, eh, fast das selber. Ne, man muss erst wieder reinkommen. Ja, ich kann die Steuerung, weil ich's 10.000 Mal durchgezockt habe, aber eher halt nicht, weil er's ja nie am Computer zockt hat, sondern wir haben's immer nur auf der PS3 gezockt. Oh, viele Gegner. Du kannst gedrückt halten, dann macht er dann 8 Schlagen nach unten. Oh, cool. Aus dem Blocken kannst du mit R, glaube ich. Ja, und dann kannst du rechtsklick. Äh, nein, doch nicht. Rechts, nein, ich weiß nicht mehr. Ne, mittlere Maustaste. Glocken. Glocken. R. Glocken und dann mittlere Maustaste. War das das? Drücken mal. Ja, durch. Ja, mittlere Maustaste einmal drücken. Oder normale Maustaste. Probier, verfahren. Nein, das war's nicht. E, Q, ich weiß nicht mehr. Wir müssen nur schauen. Entschuldigung. Keine Ahnung. Ja, irgendwie ging's. Du musst selber zocken, dann weiß ich die Steuerung wieder. Das meistens. Wir werden natürlich auch schauen, dass wir ihm... Ja, genau. Boah! Ach, nee, Baumbach. Alter. Also, der hat's gerade selbst erledigt irgendwie. Ja, wir werden ja heute wieder viel aufnehmen, weil schon seit Langen mal wieder. Juni, der hat das überlebt. Wo sind wir? Wo bist du? Sonntagsstum. Er hat sich gerade selbst umgebracht. Ja. Was'n Lappen! Ja, und da musst du jetzt Macht einsetzen, weil da bin ich letztes Mal durchgelaufen. Musst da das nehmen mit Macht und dann runterziehen. Oh. Und ich freu mich nicht auf die Szene, wo wir das Schiff da runterholen müssen. Oh Gott! Ich erinnere mich. Okay, mehr kann ich da nicht machen, oder? Ja, aber jetzt beim nächsten, beim nächsten, beim nächsten. Oh ja, stimmt. Muss genau hinziehen. Musst anscheinend noch näher hingehen. Äh, so'n Mini-Schritt, gell? Ja. Geht nicht mehr durch. Alles gefixt. Alles gefixt! Alles hat's gespeichert. Das finde ich geil an einem PC, dass man das immer speichern kann, weil auf der Wii-Version und PS3-Version hat sich's nie gespeichert. Ja, das war richtig fit scheiße. Will ich mal nur mal sagen. Ja, und apropro... Wir haben's ja am Anfang immer nur auf der Wii gespielt, gell? Und dann PS3. Dann PS3 und jetzt PC. Ja, einen zweiten Teil, haben wir auf der PS3 gespielt. Oh, dann hätt' ich was übersehen. Ich hab' ja gerade gesessen. Ähm... Ding. Ähm... Zu Animationen, gell? Wird ja bald wieder eine kommen, und sie... Und ich werden ein paar, äh, Spaß-Effekte einbunden, weil... Ich hab' jetzt... Unbekannt, schon. Unbekannt, schon, okay. 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 Ey, was seid ihr für komische Schuss. Hol' ihr das Teil da vorne. Äh, wo ist denn das gewesen, das? Ne, das hab' ich schon. Also ja, das ist unbegrenzt Macht, also würde ich sagen, du sollst unbegrenzt Macht, also also nicht, nicht schwer. Also Machtstoß. Ja, das war eh. Ja. Einfach eh spammen. Kannst du drüben. Baaah! Drüben drüben. Ultimate Power ist wieder aus. Almighty! Oh, jetzt hab' ich ihn immer unendlich. Warte. Warte mal kurz. Alter, kommt die mal wieder, oder? Almighty! Push! Ja. Ja, er hat den Almighty Push vor. Ja, sobald schwarz ist, ist es sehvoll aufgegangen. Ja, wozu? Mach einfach. Davon müssen wir welche zerstören mit Blitz. Du Blitz, 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 Blitz! Da müssen wir alle, also die meisten zerstören. Ich glaub' da kommen aber immer wieder welche, also wenn man jetzt so ein bisschen Zeit lassen und nicht gleich alle töten. Die helfen uns aber irgendwie, von mir so. Also, die kämpfen auch gegen die Typen. Da, warte. Oh, da. Und da sind ein bisschen gleich tot. Ja, das soll das dann wieder mal schnell ein paar töten. Und da, du hast es jetzt zerstört noch. Äh. Äh. Gleich. Ja, jetzt. Es fliegt weg. Ah, das ist noch der Weg. Es kommt jetzt nämlich immer wieder welche. Wir sollten nicht gleich alle töten. Nur. Ich glaub' man könnte nämlich über... Ja, genau. Jetzt müssen wir auch meinen Kill weg. Was ist da hinten eigentlich? Egal. Dann kann ich das wieder, ja. Oh, fünf brauche ich noch. Springer vorbei. Oh, ich versuche es so zu spielen. Nimm mir nicht mein Kill weg. Nimm mir nicht mein Kill weg. Ich will Kill haben. Verstehst du denn das nicht? Ich will... Aber nicht töten nicht töten, denn in der zweiten nicht töten, weil es ist ganz kaum kommt es glaube ich nicht immer. Ich bin nicht ganz sicher. Oh, da. Aber... Dann kommen die wieder. Dann kommt es wieder her. Schau dich halt mal um. Vielleicht ist es ein Hologram oder so. Warte, ich hole mir zuerst mal wieder meine Lebenspunkte... ...zurück. Kommen nicht her. Mehr oder weniger... Ja, es kommen da ja immer wieder welche Spacken. Ich glaub. Ja, schon, äh... Ob die wiederkommen mit dem Schiff. Nein. Ah, ich... Deine Respawn Bitches. Ne, ich glaub' die kommen jetzt nimmer. Schade. Ja, egal. Geh, renn dorthin und mach weiter. Ja. Oder schau dich halt. Schau dich noch, wo Morin sind. Ah, was kann ich hier? Was tuten? Nein, ich schau mal dran. Schau dich mal hin. Was du dann wahrscheinlich mitmacht. Oder so. Wir müssen's drauflenken vielleicht. Junge, weißt du, weißt du grad finden? Ist ja die Nerven. Hey, hey, hey. Lass mich mal aufstehen. Anusgesicht. Lass mich dich töten. Please. Ah, die können sich, also sozusagen teleportieren. Solche. Du bist tot. Ich hab grad Lebenspunkte dazubekommen, du Spacko. Mhm. Sims Letchit. Aha. Muss ich das wieder eins haben? Nö. Ne, ne. Das ist alles da, aber das ist... Das ist... Das heißt, wir können aber die töten, also... Das heißt, wir können die Mission abschließen. Ah, okay. Ich hätt' vielleicht das da... Da oben... Machen können. Ja, du musst das... Du musst da drauf springen. Aber jetzt wart. Jetzt müssen wir das erst wieder die Schiffe dazustellen. Das passt eh. Ja. Du einfach das Bein nehmen, dann kannst du das... Oh, Mighty Push! 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 Warte, schau, ob die Schiffe wieder raus sind. Wirklich. So. Junge! Ja, schnell, 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 schnell. Spring hin. Hä? Hä? Jetzt? Na, ich bin zu spät. Das kannst du, glaub ich, elektisch auf einmal werden. LOL. Ja, es kommt wieder welche. Rauff mit dem Sch×. Ich bin so verschic refreshing. Dreh dich um. Und jetzt? Kannst du schon. Ich hab jetzt 610. Oh, das zählt sogar noch weiter. Jei! Wir sind... Das ist hier.... Wir sind... Wir sind hier extrem geil. die können da mal dahinten kämpfen lassen wollen wir können sie kommen sie ja und dann kannst du dabei die töten und meint die hochkommelt Strom ich Junge lasst mich bitte vorbei ich weiß es dass man da nicht aufstehen ich glaube ich sollte jetzt mein Datum auf aber ich glaube dann muss ich das mit dem vormacher das so rauf holen oder so aber du darfst dich draufstehen muss ich davor hinstellen aber wie sollten ja er muss drauf holen aber wie bitte ja du musst jetzt werden weil die sind ja die ganze Zeit am Respawn oder? ja, töte mal viele und dann schauen was passiert ja, sie sind am Respawn die Bitches ja, versuch mal einen zu töten so und schon lange wie es geht und dann muss ich dann nur im Nismos auch fahren die ist sich der ihr kleinen Marco Mati ja Spankumatikus ist ein offizielles Wort ich mag den Schlauchter ... Fußratter ja eigentlich überhaupt nicht so eigentlich ist wusserter Machtstoß ja das ist also unendlich ist ich die Medikamente entschieden wird dass er schneller und das wurde sich und da kommt schon der nächste noch einfach Strom dann haben es gar nicht zu sagen ich komme ich drücke nur wenn sich angreifen und locker er hatte gerade keinen bock auf kudos ich glaube das ist aber auch gerade es ist so ein Fashion Trend Kuh ist einfach unbeliebt verstehst du ich mag Kuh du magst Küh egal schlag ihn einfach Kuh bitte lass mich doch einfach ihn töten du kannst ihn auch einfach aufheben und mit Lichtschwertwurf töten bestimmt geht am Schluss das geht runter bitte please 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 nein nochmal ich glaube es muss noch höher noch höher noch höher so unlogisch dass es wieder einzig ich meine hallo ah so egal jetzt ist eh klar was man machen muss ja der Schiff ja eh klar springen Doppelsprung und dann den Ding also muss ich nicht reinhauen oder was ja ja nimm das gleich ja nimm das gleich kaplama ja war kein Treffer sehe ich eigentlich auch so ich meine das war das gesehen wie sehr ich meine Maus bewegt hab gell so ein Zentimeter ich glaub du musst immer die nehmen oder ja ja so und jetzt Doppelsprung man muss auf dem Anus auf dem Anus genau man schiebt zielen ja du musst auch ohne Muster das war zwar geil aber hat nicht viel gehört ja ja ich muss auch weiter hat er mich gerade eine Missgeburt genannt hast du mich eine Missgeburt genannt er hat nur Mekele Mükele gesagt aufsteig vor Level Up warte gegen die Wand ist toll ich wollte ihn eigentlich vollfett zerfieten aber ich zerfüge mich eher selber als dass ich was anderes zerstöre ok und zwar wieder runter ja da boah ja grad so ne das geht hier weiter es riecht nach hologram hier ja irgendwie schon ja spring hoch ja überall das war grad Unfähigkeit meinerseits schon ähm ich könnte hier jetzt versuchen mit Doppelsprung und Schiff ne das ist nur unsichtbar ich kann ja da aufs Gebäude probier mal jetzt auf dieses abgestürzte Raumschiff weil wirklich geile Gebäude gibt es hier ja nicht lasst du mich da bitte n 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 da geht es weiter aber dreh dich nach rechts da sind die typen wieder rennen und da ist und kuh 1 von 10 was dann auch gleich das nächste schick war dabei aber da was schock kurz auf datenbank also gott ich habe das jünger brenner truppen werden in erster linie aus unter jürgen planeten eingesetzt was für tollen unterjochten planet nicht daraufhin okay und dort die örtliche bevölkerung angst und schachhecken zu versetzen ich habe jetzt dass ich nichts wo ist denn das da müssen wir da wir brauchen holograms 4 von 15 ok 9 von 10 bin zerstört gut also die blinderer haben wir gleich die holen und weiß ich nicht und wir sind ja noch ziemlich am anfang denke ich zumindest als ob ich sie gerade weg gibt wirbelst du bist 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 du hast du noch nein warum warum kannst du nicht ich will einfach die Stärken wer hat es wohl gehört zu kurze schon mit dem reach mode oder sowas keine ahnung egal jetzt geht es erst mal weiter zu voll festgepackt dead fight it's unbeliebable hat sich so kann sich sogar noch bewegen das war nämlich gerade anfangen zeit und zu lesen und so dadurch nur qualitätszeitungen wie heute und österreich ist ja logisch du musst da reingehre ich weiß aber ich habe schon geschahen weil dann wären wir da jetzt durchgekommen ich sagte das wäre fieses versteck gewesen und ultimate push ich weiß nicht wie lang sind da unsere partie nur so 15 minuten oder so wird mehr okay dann habe ich noch ich war nicht nach rechts und links und die sind so süß ich will es nicht mehr links und rechts nach oben schon auf holen und scheiße da wo ich gehe aber wir sind die alte mädchen und kann das so einfach durch rutschen 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 egal, ich bin so ein Feuer ach, ich mach die kleinen Viecherts sie denken, sie werden nicht sterben aber warte, dreh dich, dreh dich, es könnte sein, dass da drüber immer sowas ist versteckt okay, außer man kann das hier irgendwie öffnen warte, dahinter ist ist dahinter was? ja, dahinter ist ein hologram das kannst du öffnen mit rechtsklicken oder so wie du es gerade machst mit Wachstoß, dahinter ist ein hologram es ist nämlich immer hier irgendwo so ein versteckt okay, dahinter schätze ich nichts mehr wir haben 5 von 15 okay, das heißt wir haben von den Machtpunkten haben wir jetzt schon die Hälfte schätze ich weil es waren 250.000 und wir haben jetzt so 130.000 mit dem hologram und ja, die Folge ist dann auch gleich zu Ende ja ja, wir können dann eigentlich erstmal zu Zizikowski sagen weil es ist ein perfekter Zeitpunkt zu ja, also dann würde ich sagen Zizikowski und bis zum nächsten Mal dann Ciao mit Frau.